Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ein intensives und wechselhaftes Jahr neigt sich dem Ende. Wechselhaft, draußen in der Welt, mit vielen Dingen, die uns Sorgen machen und die wir nicht mehr verstehen können. Und so ist es auch in Heddesheim ein wechselhaftes Jahr gewesen. Freudige Ereignisse wie die Einweihung weiterer Ladengeschäfte mitten im Feld, die Inbetriebnahme des neuen Sportkindergattens und des Pumptracks für unsere Kinder und Jugendlichen oder die Zertifizierung Heddesheims zur Fairtrade Town, wo wir beim kommenden Neujahrsempfang die Auszeichnung erhalten, haben sich mit unerfreulichen und in diesem Jahr leider auch tragischen Ereignissen hier bei uns in Heddesheim abgewechselt. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, gerade an Weihnachten einmal innen zu halten und dankbar zu sein für das, was wir haben. Wir dürfen in einer tollen Gemeinde leben, in Heddesheim, in Frieden, in Wohlstand, mit einer guten und lebhaften Gemeinschaft. Lassen Sie uns dankbar sein für das, was wir haben, Familie, Freunde und genießen wir Weihnachten und die Feiertage mit allem, was dazugehört. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest, vergnügliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten Ihnen allen! Frohe Weihnachten Ihnen allen!